moin moin sportsfreunde weiter gehts mit xcom oder xenonauts ja dann legen wir mal los hier ok ja wieder ein außeneinsatzgebiet keine ahnung was mich erwartet wahrscheinlich aliens oder so keine ahnung ich steige einfach mal aus hier und guck mal da schon mal nix aber wieder so nachtmission ich hasse nachtmission ich hasse nachtmission das kostet nochmals zu werfen 42 zeiteinheiten toll ok ok naja und ich kann heute leider nicht so lange aufnehmen weil in der stunde oder eineinhalb stunden kommt kronk live von der xcom und das will ich mir unbedingt angucken kronk kronk druck dich mal wobei ich ja eigentlich gar nicht so der kronk fan bin aber ja aber ich finde er macht halt so eigentlich so ganz schöne äh eh 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 gamescom live streams von daher würde ich mir das mal angucken naja keine oh da haben wir einen syphilist ok ok das ist ja kronk nur egal ok dahin geht schon mal nicht weiter dann kann man ja quasi so vorrücken in die richtung und er wird schon wieder geschossen geschossen ein syphilist ist wahrscheinlich verreckt und sie glühwärmchen hat nichts entdeckt wirf wirf um sieg Toll. Kannst nicht mehr über die Mauer drüber werfen. Das ist... Hm, naja. Haben wir da was? Ist da was? Nix. Und fast. Da versteckt sich noch einer. So, Hidden Movement. What's happening? I don't know. Oh, da ist ein CV. Den könnten wir theoretisch erschießen. Könnt man, müssen wir aber nicht. Äh, voll. Dann schleiche ich mich mal in der Mauer entlang. Ach, jetzt habe ich kein Snapshot eingestellt. Egal. Egal, egal. Oh, da oben ist auch schon Ende von der Map. Dann brauche ich, ja. Hm. Dann kann ich... Ja. Dann bewegt sich mal damit runter. Der Cheater. Da ist eine Wand. Wie sieht er mich? Da ist eine Wand und der schießt auf mich. Ich kann das sein. Wie kann das sein? Also, es kann mir doch keiner sagen, dass es kein Cheat ist. Da ist eine Wand. Ich sehe nichts. Oder haben die allerdings einen Röntgenblick? Das könnte natürlich sein. Superman hat ja auch einen Röntgenblick, das ist ja ein Alien. Also, von daher könnte es schon eine Möglichkeit sein. Aber, hm. Ich hoffe ja mal jetzt, dass ich gegen Superman kämpfen muss. Da würde ich, glaube ich, verlieren. Obwohl, Superman tötet ja keine Menschen. Von daher... Ich glaube, jetzt wird Superman böse. Er schießt die Wand ein. Er reißt quasi die Mauer ein. Wir befinden uns ja gerade im Westen, ja. Superman befindet sich im Osten. Naja, was auch immer. Ich würde einfach geordnet fordern. Klappt das schon irgendwie? Ihr bleibt mir da stehen, weil wenn ihr jetzt die Mauer einschießt, dann könntet ihr theoretisch zurückschießen. Ich muss mal ganz kurz was machen. So. Okay, ich habe kurz was gemacht. Was ich gemacht habe, verrate ich euch nicht. Es hat ja jedes Mal so seine Geheimnisse. Nichts. Hm, hm. Hm, 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 hm. Naja. Er duckt dich? Ach so. Weil er den Schuss auf normal stehen gehabt hat, Reserve, kann er sich nochmal ducken. Oder die. Ist ja auch egal. Der schießt, der schießt, der schießt durch Mauern? Also, also soll mir jetzt echt keiner sagen, dass das kein Cheat ist oder Beschiss. Also durch Mauern schießen, das ist ein wenig. Hm. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, bei Counter-Strike wird man gebannt, wenn man sowas macht. Also Bank, also Bank, die KI, die cheatet echt ein wenig. Hm. Ach, das ist halt immer nur ein Trefferpunkt, sobald ich das sehe. Äh, vielleicht sollst du dich mal ducken. Ich drücke C, ducken. Kann es sich mit dem Medipack nicht ducken? Hm, komisch. Oh, ich gehe lieber mal hier in Deckung. Ich hoffe mal, der Cheater kann jetzt auch nicht durch die Deckung hier schießen. Er ist halt durch die Wände geschossen. Wobei, ich habe gelesen, das wird gefixt, dass da durch die Wände geschossen werden. In der nächsten Version. Also in der nächsten Version können die Aliens nicht mehr durch Wände schießen. Das habe ich vorhin gelesen. Ich habe es bloß noch nicht gleich verraten, um mal die Spannung aufzubauen. Äh, 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 äh. Also das wird auf jeden Fall gefixt. In der nächsten, im nächsten Update können die Aliens nicht mehr durch Wände schießen. Nichts, nichts. Nichts. Das ist doch kein Mädchen. Das hat gerade mal ein Meter weit geworfen. Nicht mal. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Da, 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 da. Hm, 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 hm. Ich schaue mal, ob ich da die Wand einschießen könnte. Jawohl. Jawohl. Oh, obwohl, wenn da einer schießt, sollen die erstmal in Deckung gehen. So, werfen wir da hin, wenn's geht. Ja, das sieht gut aus. Wieder vor die Mauer. Duck dich. Duck dich. So. Ja, jetzt hab ich mir schon gedacht, jetzt wär da das Kreuzfeuer genommen von da und da. Und wenn ich jetzt da hinstelle, wird er von dem beschossen. Das ist doch wieder so. So, so. Gemein Beschiss. Erst schießen alle durch Wände, dann schießen sie von links, von rechts. Oh, der blutet. Ach, scheiße, die können ja durch Wände schießen. Ah, also, jetzt wollte ich das echt als Deckung benutzen. Aber da sch- Hm. Wieder an die Scheißwand geworfen. Ja, duck dich doch mal so. Wenn ich jetzt da an die Wand laufe, dann schießt er durch die Wand. Das ist was. Ah, vielleicht, wenn ich da, na, zwischen das. Hm. Kuh, 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 kuh. Kuh, 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 kuh. ich muss ja ich muss ich muss vore goal sonst kann ich da nichts er hat zwei prozent reffer chance es ist alles nix noch mal im schott wenn der was macht das ist jetzt irgendwie alles blöd ja genau schießt auf dein schiff dann kannst du nicht weg fliegt ja das habe ich mir schon gedacht aber ich muss ja wieso schießt du nicht zurück ja jetzt schießt jetzt schießt ich habe extra einen schott aufgehoben und jetzt schießt er zurück das ist so hier mache ich das am besten ja ich muss vorrück ich kann sonst nix machen ja oh sehr schön das war so geplant das war absicht das war absicht so ja so das kommt davon heute ich wende schießt wie ein cheater das kommt davon du kannst noch ein snapshot macht du kannst auch normal mach du kannst vorrücken du kannst erstmal wieder eine knarre in die hand nehmen und vorrücken snapshot end of turn okay jetzt kann ich ihn gleich von der seite angreifen das wird ihm eine leere sein so 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 messier with the best and die like the rest babe so leute ganz ruhig vorrücken dann dürfte eigentlich nichts passieren also dass vielleicht jemand erschossen wird oder so aber ich stelle mich mal ein rauch da da das sollte eigentlich schutz bieten sich schuss also normalerweise schon ich hoffe man die bekommen ist keine rauch vergiftung das wäre natürlich nicht so vorteilhaft hit movement please wait for something also ich habe auf jeden fall können wie sich was bewegt hat und es ward licht okay 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 wen haben wir noch den Obermaier äh den peter äh den peter luten peter lepeuti hm kommt raus kommt raus sonst komm ich rein sonst komm ich rein sonst komm ich rein okay in der nächsten runde komm ich auch rein oh das ist ein toter eine tote naja egal was war so was waren das jetzt alle da hingeworfen ne das war schon hm aha kein kopf so wirf 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 und und nichts 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 nein gar nichts nein gar nichts ouch 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 okay der blutet nicht das ist schon mal gut dann bewege ich dich mal in Deckung hm da schieße ich einfach mal querbeet vielleicht treffe ich irgendwas da das nicht sondern hat da